Weltstar Cristiano Ronaldo hat sein Debüt für Juventus Turin in der Provinz gegeben. Im 4000 Einwohnerort Villa Perosa nahe Turin krönte der 33-jährige Portugiese seinen ersten Auftritt im schwarz-weißen Trikot mit dem ersten Treffer zum 5 zu 0 Erfolg des italienischen Rekordmeisters über die eigene Nachwuchsmannschaft. Juventus hatte für den Torjäger 112 Millionen Euro Ablöse an Real Madrid überwiesen, um auch in der Champions League wieder ganz oben mitkicken zu können. In der Serie A wird Ronaldos Debüt für kommenden Sonntag erwartet, wenn die alte Dame auswärts auf Kiewo Verona trifft. Der erste Auftritt Ronaldos musste kurz vor Spielende wegen eines Platzsturms begeisterter Fans abgebrochen werden.